Wenn nur die Sensationslust euch nach Berlin treibt, dann bleibt zu Hause und wenn ihr wirklich Action wollt, dann geht mit eurem Ernst und mit eurem Ordnungsbewusstsein und mit eurer Autorität zu diesen Personen, die ihr alle genau nicht gewählt habt. Denn die, die die gewählt haben in Pühler Hause, die sitzen im alten Rathaus brav mit ihrer Maske. Der eine kommt über den Marktplatz hinauf beim Stammtisch, ich sag nicht von welcher Partei, mit so einer Maske läuft er quer über den Marktplatz und sitzt sich zu uns an einem Tisch, wo 20 Leute sitzen und dann macht er die Maske runter. Hallo, hier stimmt ja mal was gar nicht. Irgendwo hier ist eine Selektivwahrnehmung im Kopf, die überhaupt nicht richtig tickt. Das war erst die Overte, warum ihr gleich ein bisschen von mir Nachhilfe in Kommunalwahl kriegt, die ich die letzten drei Jahre studiert habe. Ich habe das vereinte Heilige Deutsche Königreich verlassen und bin als Student nochmal rüber raus in die BRD Ich habe in der BRD leider bemerkt, dass die demokratische Kommunalwahl in Baden-Württemberg, der Geist, der hochkomplexe, intelligente Geist unserer Väter, die wirklich in Baden-Württemberg eines der intelligentesten demokratischen Kommunalwahlrechte entwickelt haben. Wir haben richtig aufgepasst, damit die Demokratie nicht unterwandert werden kann. Wir haben richtig, dass die